Das ist so unglaublich, das erinnert mich so an den Roman gerade. Das ist voll so Déjà-vu. Es ist wie eine Sauna, wo der Wind geht. Also ich habe gerade gerade das angefühlte 58 Grad im Moment. Wirklich hat es glaube ich 39 Grad, aber extreme Luftfeuchtigkeit. Boah, und das ist mein Hotel. Aha, können wir sogar ein bisschen spatten oder? Aber naja, wer möchte das schon bei 58 Grad? Gefühlt 58 Grad. Also falls sich noch mal jemand fragt, wie hohe es das ist? Weil man sich das ja kaum vorstellen kann. Dann kann ich sagen, eine Spiegelreflexkamera ist im Moment nicht gebrauchfähig. Weil nicht nur auf der Linse, auf dem Spiegel und sonst wo das vernebelt ist, so auf Kondensation. Sondern da innen drin läuft irgendein Glas Teil und deswegen sind alle Fotos total menschig, was scheiße ist. Ich hoffe, das legt sich heute wieder. Und die GoPro hört man wieder oft zum Arbeiten. Weil es zu heiß wird, der Akku. Und bei mir tropft das Wasser nur noch so. Und es sind keine Menschen unterwegs. Null, nada, zero. Keine im Zufa sind zu Fuß unterwegs. Und die werden jetzt vermutlich auch Taxi machen. Zu normal, wo ich was essen und trinken kann. Also, jetzt geht es gleich an eine der schönsten und größten Moscheen der Welt. Ich bin mit dem Taxi hergefahren. Eintritt ist kostenlos. Ich habe mich noch fein angezogen. Eine lange Hosensammpflicht. Und scheinbar sollten auch Tattoos bedenkt werden. Da habe ich mir dann ein Hemd drüber gezogen. Und jetzt schauen wir das mal an. Übrigens, das hat doch 44 Grad statt 39. Ich weiß es werden gefühlt gegangen zwischen 60 und 65 Grad. Das ist immer noch unfassbar. Ja, jetzt kommt gerade die Hitze. Fuck. Ja, jetzt bin ich voll gespannt. 44 Glockeкие Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.